Willkommen zu meinem Review-Video des VASIP Mini Kühlschranks. Dieser 15 Liter Kühlschrank ist perfekt für zu Hause, im Büro, beim Camping oder im Auto. Mit der Fähigkeit, bis zu 30 Dosen von 330 Milliliter zu lagern, ist dieser Kühlschrank ideal für Getränke, Kosmetik und Hautpflegeprodukte. Der Kühlschrank verfügt über einen Griff, der es Ihnen ermöglicht, ihn als Autokühlschrank zu verwenden, um Lebensmittel auf einem Picknick- oder Campingausflug zu lagern. Der Kühlschrank kann auf Heiz- oder Kühlmodus eingestellt werden, mit einer Kühltemperatur von 5 bis 8 Grad Celsius und einer Heiztemperatur von 55 bis 65 Grad Celsius. Die Tür des Kühlschranks verfügt über einen Schnappverschluss, der sicherstellt, dass der Kühlschrank gut verschlossen ist und die Temperatur im Inneren des Kühlschranks gut reguliert wird. Der Kühlschrank wird mit zwei Steckern geliefert, so dass er sowohl als Autokühlschrank mit 12 VDC als auch als Haushaltskühlschrank mit 20 bis 240 VAC verwendet werden kann. Dieser Kühlschrank ist umweltfreundlich und energiesparend, da er einen Halbleiter-Kühlchip verwendet, der kein Freon enthält. Der Kühlschrank arbeitet sehr leise und wird Ihre Ruhe und Arbeit nicht stören. Jetzt kommen wir zu den Bewertungen. Viele Kunden sind mit diesem Kühlschrank sehr zufrieden. Ein Kunde sagt, dass er perfekt für Singles oder unterwegs ist und dass er genau richtig kühlt. Ein anderer Kunde sagt, dass er großartig für Studentenwohnheime oder Büros ist. Ein weiterer Kunde sagt, dass er sehr leise ist und dass er ihn für das Zimmer seiner Mutter im Seniorenheim gekauft hat. Ein Kunde sagt, dass er ihn für die Arbeit benutzt und dass er selbst auf der Ekostufe einwandfrei kühlt. Ein Kunde sagt, dass er ihn für Notfälle bei Stromausfällen benutzt, um kühlpflichtige Medikamente zu kühlen. Ein Kunde sagt, dass er ihn für zu klein hält, aber dass er sehr leise ist. Insgesamt hat dieser Kühlschrank eine durchschnittliche Bewertung von 4,4 von 5 Sternen basierend auf 603 Bewertungen. Wenn Sie nach einem kompakten, leisen und umweltfreundlichen Kühlschrank suchen, der sowohl zu Hause als auch unterwegs verwendet werden kann, dann ist der VASIP Mini Kühlschrank die perfekte Wahl für Sie. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um den Kühlschrank auf Amazon zu kaufen und unterstützen Sie mich dabei, weitere hochwertige Inhalte zu produzieren. Vielen Dank fürs Zuschauen! Vielen Dank fürs Zuschauen! Vielen Dank fürs Zuschauen!